In der weiteren Folge Minecraft HarbelCraft wird jetzt in der 5. Aufnahme mit den Frizzle Hallo Und den Muffins Banger Mit dem Banger Muffin und Bambi ist gerade auch Folge 1, Leute, tut mir leid Und ich hab meine Aufnahme zu spät gestartet, aber das ist jetzt egal Okay, wir gehen einfach mal auf den Server Boah, ich räune gerade, ich bin noch bei Frizzles Leiche, wenn ich... Und ich bin, glaube ich, noch im Todes-Screen, wenn ich mich nicht irre Ähm Keine Rückmeldung zeigte ich mir an, oh man Ich hab auch keine Rückmeldung Ah, jetzt geht's Ah ja, ich bin noch im Todes-Screen, sieht man hier Das geht doch jetzt nicht, wenn jetzt Monster da sind Wiederbeleben Alter, es leckt so der Maße, ne, was geht hier ab? Okay So, ich bin noch bei Frizzles Leiche Und ich brauche... Nimm einfach mal so das Wichtigste mit Ich brauche auf jeden Fall Essen, ich hab nur noch 2,5 Hunga-Core Essen hab ich genügend Die Frage ist jetzt nur, wie... Oh, Diamanten Findet er so erst kein Diamanten Ah, jetzt geht's klar Also, halte dich auf jeden Fall vor diesem Portal da fern Scheiße, scheiße, halte dich vor dem Ding da hinter dir fern Was? Das gibt dir den Razer-Effekt und du stirbst Geh, geh weg Guck mal, dieser Geist da Erste Folge von mir Ach ja, okay, los Warte, ich muss kurz meine Dings höher stellen Oh mein Gott, sind das Watershades? Ja, ich hab Watershades So Ich hab Watershades, ich hab Watershades Okay, jetzt geht's klar Äh, also, wenn ich jetzt den Weg, wo du reinkamst, wieder hochgehe, freeze Wo komm ich raus? Ähm, irgendwo im Berg Aber ich komm um die Luft Ja, müsstest du Soll ich dir Koordinaten sagen, wo wir sind? Äh, nee, erst mal nach Liste Wollen wir hier um die Stadt bauen? Ja Aber wir müssen uns Wir müssen uns, wenn wir ein bisschen besseres EQ haben, auf jeden Fall um dieses Portal da kümmern Das kann ja nicht neben der Stadt sein Hier sind auch ausreichend Pferde, wenn wir jetzt mal einen Sattel und so hätten Ich setz mich einfach drauf Weil er wird mich irgen Ich bin ein YouTube-Freund, ich seh genauso wenig wie ihr Ach Oh, Erde! Licht! Oh, Männer! Ich würd sagen, ich fahr mit einem auf allem mit Farmen What the fuck is here what you're at? Hey, ich, ich kann mich, ich kann mich auf die Pferde draufsetzen, ohne dass ich einen Sattel brauche Voll mit Du konntest hier nicht reiten, du konntest hier nicht steuern sozusagen Nimm mich Nimm mich Ich kann ja gar nicht die Mitte draufsetzen Okay, egal X X, X, X in welche Richtung? Ich muss, glaube ich, in die hier Ja, X minus 400 Geil Alter, jetzt hat er irgendein Problem... Ach, Gott, Alter Ja, ich brauch auf jeden Fall Essen erst mal Ich suche jetzt erst mal ein bisschen Essen Ich auch Äh, ich hab geniebten Karotten und so Die können wir anpflanzen, also bereitet schon mal Feld vor und so was Warte Warte, ich hol mir auf jeden Fall nochmal so ins Landtempf jetzt mit Doppelschwertern Das ist richtig geil Also, ich muss jeden Fall ins Ofenkartoffeln machen, ich hab noch 63 Ofen Ich hab noch 63 Ofen Ja, fällen Ne, fällen, nicht fällen Wo ist der Unterfall? Nicht fällen Hinten ist ein Haus, komm mal her Ey Muffin, ist der, ist der bei uns am Dorf? Hier ist ein Walktable Ich mach jetzt selber nochmal ins zweite Schwert So Äh, ist das ne Kiste? Ja Finger weg von meiner Kiste Nicht deine Kiste Ist das ein Dorf? Ne, hier ist schon ein Dorf So, Doppelschwert, hehehe Wo seid ihr jetzt? Äh, ich muss erstmal zu meiner Kiste und dann brauche ich eure Hilfe zum Tragen Und wer, wer kommt, der kriegt Diamantengeschenke Wo denn zum Tragen? Wo ich diesen Riesenbaum gerne haben würde Ja, da will ich vielleicht ein Haus reinbauen Wo bist du denn jetzt? Ich weiß Ich bin bei diesen Riesenbaum Ah, ich seh's, okay Komm her, und hinten ist auch so ein Haus Ich glaub erst nicht Guck mal, ich hab Doppelschwerter, yeah Aber der Nachteil ist, dass ich mich blocken kann beim Creeper Ach Oh scheiße Ich bin auf dem Weg zu meiner Kiste, äh, zu meiner Kiste Ja, das war mir schon zufrieden Leder, Leder, Leder Oh, sorry Ey Oh, okay, äh, da, ich bin mir das Leder drauf Ich fahr einfach ein paar Bäume Was hast du denn hier so alles drin? Block das Zimmer, Mann Ist niemand, ist niemand Ist das so? Ist das so ein fertig geworztes Haus? Das kann ich, nein, so ein Halle Das ist so... Verfisst euch Verfisst euch da Das ist nicht dein Nein, nein, ist, nein, aber ich meine, da gibt, äh, soweit ich weiß Wenn Nacht ist, bohrend da ein beschutztes Monster Na, es sieht so aus, dass das Geld aus Mainz, ich weiß, wo er wieder heißt Aber der hat ja auch schon angefangen Ja Jetzt kann es euch eher sein, ich würde sagen, wir bauen hier unsere Stadt Achso, äh, jetzt bin ich schon Ich brauch erstmal Essen und ich weiß nicht, wo ich Essen herkrieg, da ist es nur ungebraten Diamonds Warte, ich nehme Holz zum Brennen Warte, ich nehme Holz zum Brennen Man findet einfach eine Oberfläche Diamonds So, das ist so geil Achso, ich kann nicht mehr sprinten Hm, da hat schon jemand irgendwas getroptet hier, der ist schon... Ähm, nein So, ich esse das mal voll So, okay So, äh, jetzt möchte ich zu meiner Z-Koordinate Ich müsste in diese Richtung Ja, wo sei... Wo bist du denn jetzt? Nein, ich glaube, ich bin fast bei meiner Kiste Wie geil Guck mal, wie geil das aussieht, wenn ich so mit den Schwertern da bin Guck mal Ich muss eigentlich nur gerade auslaufen Oh mein Gott Richtig so wie ein Assassine Oh, OMG, man Ich bin fast von hier in meinem Lagerwecken gelandet Nebel Easy Wo bist du denn jetzt? Sag mal, wo du bist Äh, ich bringe... Soll ich meine Kunde nach, oder ich gebe mir noch was? Ja Äh, wenn ich bei meiner Kiste bin, sag ich es dir, es sind nur noch ein paar Meter Okay Aber ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll Bei mir sind auch Schweine Ja, sag mal, wo du bist Äh, warte, 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 warte Oh mein Gott, noch 200 Blöcke und ich bin wieder home Noch 200 Blöcke und ich bin wieder home Alter, den Rückweg habe ich viel schneller gefunden als der Hintenweg Hier ist ein Tower Mach ich den Tower? Ich mach mir jetzt erstmal eine Spitzhacke Ich weiß ja nicht was Ja, ist vor allem nicht nur, ich hab keinen Platz in meinem Inventar Sonst würde ich den ja gerne machen Oh Noch 100 Blöcke und ich bin home Ich hab einen Apfelbaum, Sapling Wir pflanzen den! So haben wir keine Essensprobleme Weil jetzt... Da pflanzen... Da sind wirklich Äpfel dran Das finde ich verlassen Hier ist ein Dorf Ich bin back So Ich baue hier Okay Hier ist mein Haus Warte, ich mach mal kurz die Spitzhacke Dann kannst du sagen was Da gibt's auch neues Holz Eukalyptus Holzplanken Auf jeden Fall nice Und ich geb gleich meine Koordinaten durch Die Workbench sieht auch anders aus Mit diesem Holz Richtig geil Ich bin schon mal bei dem Dorf Okay, jetzt sag... Jetzt sag Koordinaten Wo bist du, Maffin? Ich bin jetzt... Ich bin da, wo wir dir unsere Stadt bauen wollen Wo der Mammutbaum ist Das ist unser Rathaus der Mammutbaum Ja, ich such grad meine Kiste Ja, ich such grad meine Kiste Das ist nicht toll Okay Okay Ich mach mir mal ein Screen vor den Koordinaten Auch wenn ich's einfach in der Folge nachsehen kann Und ich mir trotzdem Sicherheit zahle, Mann Screen Ey, womit macht man denn Screen? Okay Äh, wollt die Koordinaten? Achso, okay Ja Okay, sag... X, ich schreib's in Chat Und jetzt ist fertig jetzt Okay, schreib X, schreib's in Chat Geiles Haus, ne? Ja Muss schon sagen, Respekt 2, 4, 3 Ich feiere los Oh, da kommt ihr mal bitte hin Also X Ist doch... Ist doch egal Ich bin ja gleich wieder weg Ist doch relativ egal Wir müssen uns ja nicht immer bekriegen Sondern bei PvP werden's mehr Unis 400 Also nehmen wir auch nächste Woche Also nehmen wir auch diesen Samstag Und Wally, ey, mit, äh, dies hier Ich weiß grad nicht, wie er heißt auch Mit den Manni Ah, in diese Richtung Minus 496 Okay, in diese Richtung Ich habe Richtig viele Kartoffeln Und Tarotten Oh, das ist Wasser Leute, wie sieht das denn hier aus? Das sieht crazy aus Das Problem ist nur, ich weiß nicht, können wir das... Ich glaub, Muffin muss auch kommen Na, ich schaff das schon Wie viel kostet denn ein Backpack? Ich bin schon fast bei der X-Koordinate Ganz viel Leder Ja, ich hab nicht ein Stück Leder Ich hab mein Haus jetzt hier in Nummer abgerissen, was sag ich So, was ist das denn? Was ist das denn? Ich mach mal auf 3 weg Das muss dein Dorf sein, ein Villagerdorf Hä, Leute, mein, äh, mein Mod funktioniert nicht mehr, wo man das oben sieht, was es ist Oh, hier ist eine Leiche Oh, hier ist eine Leiche Egal Das bin ich Oh, verzauberte Sachen Oh, verzauberte Sachen Verzauberte Sachen Ja, verzauberte... Surplus Point of Dam Geil Z243 Ich komm sofort Ich glaub, die ist von Muffin Hier sind auch... Ja, diese... Hier sind diese Pics, die du gefunden hast Ja, bring die mal mit, bitte Ich hab sogar so'n Villagerdorf gefunden Zumindest so'n Mini-Villagerdorf Also, ich bin bei... Ich bin bei Villagerdorf Ah, ich seh dich Also, ich weiß zumindest, wo du bist Okay, also, hier ist auf jeden Fall eine Leiche Dann nimm ich mal das Nötigste raus Du bedienst dich an der Leiche an der Rüstung, würde ich sagen Wo bist du denn jetzt? Ich springe Siehst du meinen Namen? Ist das meine Kiste? Alter, wie riesig das... Ich glaub, links von dir Siehst du mich, ich springe Seh dich irgendwie nicht Siehst du mich? Alter, ohne... Ohne Spaß, ich bin blind Bist du unter mir oder über mir? Ja, so leicht, du bist grad auf so'n Haus, ne? Ja Hier, links, da, siehst du mich? Dreh dich um! Hä? Hier! Jetzt hat das gecheckt Hallo! Hallo! Ich komm gar nicht mit der Standard-Steuerung zurecht Mit Doppel-W-Sprinten und... Ja, jetzt Doppel-W-Sprinten und... Komm erst mal hier mit! Bedien dich an der Leiche hier, wir sind schön viele Sachen Alter, wie nice Ich nehm' mal das einfach alles mit Ich nehm' einfach mal alles mit, okay? Ja, das Problem ist nur, wie schleppen wir jetzt diese scheiß Kiste mit? Obsidian-Kupfer... Ihr könnt euch keine Lauf-Kiste leisten Ein Sattel für'n Pferd, nice Ah, Mann Warte, ich hab ne Peitsche, warte kurz, ich komm sofort Also ich glaub' wir haben... Wir haben uns... Richtig geiles... gemacht Guck mal, diese Spikes, die in der Leiche sind Nimm' die unbedingt mit, die sind mega wertvoll Die Spikes Der hast du schon, der hast du schon Okay Die sind mega heftig, hab' ich bei Muffin gestern gesehen Ja, hinter dir ist eine Kiste Warte... Komm mal hinter dir, ich brauche... Ich zieh' mir eben Rüstung an Ja Was geht denn mit der Lederhose ab? Soll' ich... Soll' ich die nehmen oder soll' ich die andere nehmen? Ich nehm' jetzt erstmal lieber die Welche hatten mehr Rüstung? Ja, ich glaub' eher dann die andere, aber... Ja, ich lass' jetzt erstmal die so außen vor Ich hab' ein Schokobo, ich hab' ein Schokobo Hier noch das... Warte... So... So... Ich brauch' deine Hilfe kontragen hier vorne Wo bist du jetzt wieder? Ach so, hier... Ja, mein Inventar ist so gut wie voll, ne? Meins auch... Also die Diamanten... Am wichtigsten sind die Shards... Alter... Äh, Schokobofedern brauch' ich nicht... Shards... Hast du die Dias mit? Äh, die Dias hab' ich schon eingesammelt... Äh, was brauchen wir noch nicht? Bücher... Also auf jeden Fall die Scharzen das Wichtigste für mich Die Federn brauchen wir nicht, oder? Nee... Dann tu' ich die mal wieder hier rein... Äh, ne Angel? Brauch' ich ne Angel? Nee... Brauchen wir Topaz? Was kann denn Topaz? Topaz... Einmal nämlich einfach... Das ist unnötig, da kannst du nur irgendwie so'n Block oder so rausmachen... Doch, gar nichts drin, erst nicht sterbegleich... Copper nehm' ich mit... Ja, Copper ist wichtig... Dafür... Was hatte ich dafür liegen? Meine Eisen-Pick-Aggs... Feitsche hab' ich schon mit... Ich bin tot, ich hab' ein Herz... Werkstation nehm' ich einfach mal mit, weil ich keine hab' Dafür tu' ich die Workbench hier hin... Äh... Zinn brauchen wir nicht... Aluminium-Beer-Busch ist aber wichtig für Ding... Zum Pflanzen? Ja... Und die Fische brauch' ich nicht... Redstone... Kohle nehm' ich einfach mal mit... Genau... Äh... Das Wichtigste einfach nur... Die Eggs könnten wir vielleicht zum Hühner... Stall gebrauchen... Was kann eigentlich ein Drachenei? Ich hab' ein Drachenei... Ja, ich hab' ein Drachenei... Du könnt's mit einem Drachen züchten, der gehört dann dir... Wie geil... Wie macht man das denn? Ich glaub' wir haben das Wichtigste... Je nachdem womit du fütterst... Kann er zum Wasser heilen... Oder... Äh... Zum Wasser heilen... Zum Wasser drageln und sowas führen... Die können dann bestimmt sein... Hä, und wie machst du das? Einfach rechtsklick... Wenn du das Ei hast, oder wie? Einfach setzen... Äh... Und ich würd' das auch irgendwo machen, wo... Ja, ich... Ich baue mir ein Haus und dann mach' ich das, okay? Hast du die Bücher schon eingesammelt? Die Bücher? Ja, hier waren Bücher drin, oder nicht? Achso, ja doch, die hab' ich eingesammelt... Ja, stimmt... Die sind wichtig für mich, die brauch' ich... Okay... Warte, ich nehm' noch mal einen Koppel jetzt... Ich hab' auch, ich muss ganz viel essen... Ich hab' einen, ja... Ich glaub' wir haben genügend... Aluminium, Beeren, nehm' ich doch kurz mit... Ja, also ich hab' auch hier richtig... Ich hab' richtig viel Kartoffeln, Sieg und Karotten... Halt euch mal, ich sterbe gleich... Ja, ich... Ich pack' nochmal mein Koppel jetzt Inventar voll, weil... Die Fische brauch' ich... Weil für den Drachen... Denk' ich schon... Also ich hab' genügend... Also ich glaub', das ist das Wertvollste... Zombie-Kopf braucht kein Mensch... Im Grundfall, ich hab' die Koordinaten ja noch hier stehen... Ja, ich hol' mir Kabel... Ich hol' mir einfach noch Kabel, weil ich hab' keinen Kabel... Okay, dann können wir jetzt los, würd' ich sagen... Okay, machen, wir brauchen Koordinaten... Äh... Oder weißt, weißt du den Weg noch? X-339... X-min... Hier, in die Richtung... Ja... Ja, ja, ja... 313... Warte, warte, erstmal X-minus... 330... 313... 313... Ja... 313... Warte, ich kann nicht mehr sprinten, oder? Kann ich was essen, nein... Hey, dann bug das mit... Dann bug das mit Doppel-W... Das bug der einfach nur... Ich dachte schon, ich kann nicht mehr sprinten... So, X-minus... 313... Egal... Lol, was ist denn das hier? Das ist das ja eben... Ja, wir sind jetzt beim Mammutbaum... Wir sind schon richtig... Ja... Warte, komm mal... Zu meinem sexy Haus... Ja... Okay... Ach hier, hier wohnen wir? Ja... Hier ist noch ein Slime... Hier... Hier Essen reinwerfen, bitte... Und sterbe ich... Ja, warte... Ich geh grad eben auf die Slimes... Wir versuchen einfach grad hier den Org von Monstern zu bereinigen... Unter dir... So, ich werf das Gold eben weg, weil... Ah, komm, ich komm runter... Ich komm runter... Essbarer Schleim... What the f... Ich hab nen essbaren Schleim, Leute... Einen essbaren Schleimball... Achtung... Danke... Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf den Tag warten... Dorf haben wir... Alter, wie viel Lack wir einfach hatten mit den Leichen und so weiter... Ist so... Richtig geil... Kannst du wieder rauskommen, Huffin? Nein, ich hab jetzt... Wo legt man eigentlich die Kette an? Weil ich hab so ne Kette... Haben wir überhaupt Wasser? Hier haben wir Wasser... Ich bin... Äh... Würde ich sagen... Also hier schon mal nicht... Hier aber auch nicht... Oh, das ist doch glaub ich für Zauberei, dieser Tisch hier... Ja, aber der gehört nicht uns... Hä, und... Ich hab... Ich hab so ne komische Kette... Wisst ihr, wo man die anlegen kann? Oder was man da machen? Ja, man braucht so nen Zaubertisch... Dann tut sie da rein und wird die verzaubert... Und dann kannst du sie irgendwie umlegen... Okay... Hey, hat... Hat irgendwann ne Workbench? Ja, die stehen ja... Die stehen ja überall rum... Die stehen ja überall rum... Ich baue mir jetzt erst mal ein Haus... Ich baue jetzt erst mal ein Haus... Ja... Das Problem ist... Äh... Ich braue Holz für ne Kiste... Watt... Das Problem ist nur... Ich braue jetzt... Holz... Hä... Hätte ich mal die Axt mitgenommen... Ich dachte erst... Ne, die brauche ich nicht... Aber jetzt... So Holz... Ich hab 23 Diamanten... Ne, wenn du brauchst... Okay... Weil ich... Ich hol dir ja noch was... Ja, leg... Lass die erst mal so ein bisschen sparen... Okay... Lass mal einfach so in der Chest irgendwas legen... Okay... Wenn du irgendwas von mir brauchst... Du hast Vorrang... Ja... Was brauche ich denn mal nicht... So, wir nehmen jetzt schon 19 Minuten auf... Ja, geht klar... Äh... Was... Kannst du mir ne Kiste... Weil ich bin in den Tag vor... Ich braue ne Kiste unbedingt... Warte, ich brauche das Holz auch... Warte kurz... Okay... Weil ich muss... Wegen mein Haus... Ich brauche auch Koppels... Und für nen scheiß Ofen... Warte, wo... Ich werfe jetzt einfach das... Den essbaren Schleim weg, oder? Den braucht doch keiner... Ja... Ich glaube den braucht man nicht... Oder... Ich werfe einfach das... Tool... Komm das wo... Dann werfe ich jetzt einfach das... Ob der... Ob die Toolstation selten ist... Essbarer Schleim... Es riecht schrecklich... Aber wenn du nichts anderes zu essen hast... Auch los... Tool... Station... Wie wird... Mit Air, ne... Ich baue mir auch immer so'n... Nur so'n provisorisches Haus... Damit ich dann halt vielleicht... Die Toolstation... Die Toolstation ist nicht wertvoll... Alter... Wie so'n Nerven... Diese Skelette immer so... Ist so... Ey mir wurde auch gesagt... Dass die Skelette irgendwie so... Verschiedene Farben... Äh... Verschiedene Pfeile haben... Wie zum Beispiel exklusive Pfeile und so... Explosionspfeile... Vergiftungspfeile... Und Hammerpfeile... Die hauen dich einfach drei Meter nach hinten... Ja... Das ist... Das wurde... Ist schon okay... Wenn die angreifen wird... Die schießen hier einfach zurück... Da kannst du ja gar nicht... Da musst du erstmal... So... Wo baue ich denn mal mein Haus? Ich hab meinen schon markiert... Da mit meinen tollen Eingang... Was mich nervt... Das ist ja scheiß Regen hier gerade... So... Ich tu erstmal die... Workbench... Oder Workstation... Station... Station... Hier hin... So... Jetzt machen wir erstmal Inventar frei... Zack... Endlich... So... Alles rein... Alter... Endlich... Alter... Erstmal alles rein... Oh... Oh... Noch wieder frei... Ja... Ist so... So... Was brauche ich? Die Karotten nehme ich raus... Die Potatoes und die Seals... Ich brauche auf jeden Fall deutlich mehr Holz für mein Haus... Ich brauche deutlich Holz... Oh... Hier ist Obsidian... Das brauche ich mal ab... Dann dürfen wir eigentlich aufnehmen... Äh... 30 Minuten höchstens... Ja... Gut... Ich hoffe dass mir heute mal jemand die Liste schickt... Wo... Wo alle Teilnehmer drauf sind... Sonst kann ich die nicht in Beschreibung packen... Ja... Ich hab die sogar noch geschortet mit Google... Damit das nicht so abgehackt ist... Also ich kann die nicht schicken... Oh... Okay... Das wäre sehr nett... Weil... Ich werde natürlich alle verlinkt... Und es wieder keinen... Was ist da dann noch nicht... Auf YouTube... Nein... 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 Scherz... Oh Gott... Leute... Ich hab hier mein Haus auf jeden Fall richtig viel Marvel schon gefahren... Okay... Nice... Marvel... Sie wird's nice... Ich hab... Was bringt denn Marvel? Marvel... Das sieht so gut aus... Das sieht gut aus... Das war's... Ich sag mal... Eigentlich... Ich baue mir jetzt einfach nur so ein hässliches Haus... Nicht wundern dass das so scheiße aussieht... Ne... Nur einfach so ein Kasten... Er ist mal provisorisch... So... Ich mach jetzt erstmal hier mal... Also wie gesagt... Nur eben so ein provisorisches Teil... Ich brauche jetzt... Scheiß Cobblestone... So... Einfach nur mal so... Ganz provisorisch... Also wirklich ne... Nur für... Nur für ein paar... Nur für ein paar... Folgen... Eben damit ich halt... Darin... Übernachten kann und... Den Drachen züchten kann... Wollt ihr jetzt schon? Das dauert aber so ungefähr eine Woche... Ey lass mal den Dragon... Lass mal den Dragon erstmal später züchten... Ja ich hab zwei ne... Du brauchst dafür noch Käfig... Du musst hier noch im gängigen... Große Sachen bändigen... Also ich würde den... Drachen erstmal nach... einem Monat ungefähr züchten... Weil... Wir haben... Wir haben doch nix... Vielleicht rastet der ja... Außer man nix zu essen für ihn hat... Ich glaube nicht... Ne... Er regt mich auf... Der Regen? Ja... Ich baue schon wieder vor allem... Der Regen... Der ist wirklich zum Kotzen... So... Halleluja... Äh... Hier ist das Stadtfeld... Mach ich mal... Nein... Das... Das Rad wird aber da warm sein... Glaub ich... Äh... Ich meine hier ist das... Äh... Hier dieses... Lol... Kürbisse... So okay... Also jetzt... Hat er irgendwie ganz viel Kohle? Äh... Ne... Hab ich jetzt alle im Ofen gelassen... Aber der Friesel müsste glaube ich noch... Welche von mir haben... Ja kann sein... Ich... Ich fäll grad kurz Holz... Ich brauche auch eigentlich jetzt wieder Kohle... Aber ich glaube ich hab das falsche Holz... Äh... Holz jetzt grad gefällt... Sonst sieht das ja total scheiße aus... Ja ist das falsche... Achja... Äh... Ofen... Plättig... Komm... Jetzt brauchen wir mal kurz mehr Eisen... Weil... Ich mach... Ich mach jetzt mal eben hier ein großes Feld... Okay... Ich brauche mal ganz viel Kohle... Richtig her... Kann ich schon mal hier investieren... Weil ich hab ehrlich gesagt... Ich brauche einfach ganz viel Bäume... Aber krieg ich den vermutlich erst mal machen... Ich hab jetzt keinen Bock da mich... Und hinzusitzen und Kohle zu suchen... So ich würd sagen... Was hier? Geht das? Geh weg du scheiße Pipa... So okay... Ich hab... Eins... Zwei... Drei... Vier... Das reicht dann genau für zwei... Daniel... Hast du alle Kartoffeln verbraten? Äh... Ne natürlich nicht... Ja gut... Dann fangst dir mal an damit wir irgendwie essen... Ich mach ich... Mach ich... Chill mal... Mach ich doch gerade... Ich chill... Dann plante ich hier... So... Die ersten Kartoffeln werden jetzt angepflanzt... Okay... Nice... Nice... Ich will wissen... Was das ist... Ach... Ich find das voll nice... Dass wenn man hier einen Baum abbaut... Direktes Laufbett geht... Äh... Wir haben jetzt noch 5 Minuten Aufnahmezeit... Bei mir hab ich noch... Äh... 6 Minuten... Also... Ja... Ja... Weil dann... Ich kann keine weiteren Verkaufeln... Muss ich erst hochladen... Aber das mach ich auch gleich... Ich auch... Das werden wir erst vollgerecht hochladen... Okay... Wie macht man nochmal eine Tür? Ich bin grad ein bisschen... Was? Zu dumm dafür... 6... Also 3... Also... Zwei mal 3... Zwei mal 3... Ah... Ah... Verstehen? Ja... Ich will nochmal eben hier das Feld schaffen... Zu bauen... So... Jetzt mach ich noch ein Schild... Wo steht... Dass es noch schöner wird... Also Team Wasser nimmt Gestalt an... So... 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 Aus... Von... Re... Keine... Ne Angst... Nur... Also im Ofen geht es nicht... In Inventar auch nicht... Wie wird den... Und wenn... gähn... Wird... Hier... Nicht... Nicht... Verschönern... Hab ich wieder grad einen Wings bekommen? Wird... Noch... Schön... Ich... Whoo... Ich werde grad angegriffen... Aber juckt mich nicht... So... ich bin erstmal in meinem Haus und hab alles drin aber ich brauche noch mal ein Holz für eine Chess ja aber kommt drauf an ob du das richtige hast ich fähre einfach mal ganz kurz noch ein nein du musst ja das gleiche haben weil ich hab ja nur eins ach egal mach einfach ok so äh das feld brauchen wir eben hier Schilder gehts hier ganz in die Luft ey habt ihr jetzt einen Ofen mitgebracht eigentlich ja ich hab ja so äh moin mal erstmal so äh markier ich jetzt mal hier so äh die linke Lime war jetzt Kartoffeln zack so ok hab alles weizen ach genau das hab ich gefunden weizen das hält man nochmal eben auf der anderen Seite und dann kann das erstmal hier gedeihen so ich hab hier extremen Platzmangel man kann ja einfach nicht leichter oder sowas verbrennen Kartoffeln so also das wächst jetzt erstmal hier ok nice achtet auf die Schilder welches was ist ne guck dir mal mein geiles Haus an ich hab noch gar kein Haus ich baue eh ein Dings ein modernes Haus ich wollte eigentlich hier ein bisschen weiter also das ist wirklich in meiner Umgebung Weizen Kartoffeln bei mir endet jetzt die Aufnahme ja bei mir auch wenns euch gefallen hat lasst eine positive Wertung da alle sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt und ich würd sagen haut rein bis zum nächsten mal tschüss ciao